Es war einmal der Mann. Er hieß der Fußball. Er sagte zu der Diener, ich will einen Ball. Er schoss gegen die Wand. Er entnahm den Ball und sagte zu der Diener, dass er den Ball wegbringen soll. Da macht es und Queen Elizabeth kam mit ihrem Mann und mit ihrem Kumpel. Zusammen gingen sie in die Burg. Die Wache machte das Bordtür zu. Doch die Wache bemerkte nicht, dass Banditen auf der Lauer waren. Die Banditen gehen von der Treppe runter und dann saßen ihre Pferde und dann fahren sie mit dem Auto los. Die Fußballspieler gehen aufs Feld. Sie gehen auf seine Position und das Spiel geht los. Wer das anstoßt und schießt ein Tor? Jetzt das Bayern anstoß und schießt daneben. Die Banditen klauen die Kutsche und fangen den Kutscher und fuhren los. Sie fuhren hinter die Burg und konnten mühelos den Schatz klauen. Der Sheriff bemerkte es und nahm sie fest. Der Sheriff bemerkte es und schießt. Der Fer Air hermsteig zu. Der Ferien wird ihn nicht zerstören. Der Kerien wird Engel.